Mir gefällt es der ZHW, weil ich in einer innovativen Expertenorganisation einer sehr sinnvollen Tätigkeit nachgehen kann. Dass man Familie und Beruf gut miteinander kombinieren kann. Weil ich hier sehr, sehr vielfältige Bestellungsmöglichkeiten habe. Mein Name ist Ladina Schmid, ich arbeite im Institut für Angewandte Psychologie, im IAP, am Departement Angewandte Psychologie der ZHW als Beraterin und Dozentin. Ein Hauptgrund für den Weg, den ich gewählt habe, ist sicher mein Interesse am Menschen unter der Psychologie an und für sich. Ich habe zuerst in der Kommunikationsberatung gearbeitet, wo es auch viel um die Kommunikation ging, wie man was den Menschen rüberbringen kann. Und dann mit 30 habe ich gefunden, ich möchte wirklich näher und direkter mit Menschen arbeiten. Ich habe dann Psychologie studiert und klar Arbeits- und Organisationspsychologie, weil mich auch ein Thema interessiert vom Menschen in der Arbeitswelt. Und das habe ich ja wieder weiterziehen können, jetzt in Form von als Laufbahnberaterin und auch Placementberaterin und Berufstudieberaterin tätig zu sein. Ich bin sicher grundsätzlich eine interessierte Person, die sehr Freude hat, mit Menschen zusammenzuarbeiten und sich mit Menschen auch auszutauschen. Ich bin interessiert immer wieder an Neuem auch und brauche unbedingt Abwechslung und auch Vielfalt und Vielseitigkeit. Und ich bin sehr gerne in Bewegung. Mir gefällt meine Arbeit an der ZHW und dem IAP sehr gut. Ich schätze die Abwechslung sehr, die wir haben. Und innerhalb des IAP haben wir eine riesige Themenvielfalt. Alles in dem Themenfeld, das mich sehr interessiert, rund um Psychologie und um Psychologie der Arbeitswelt. Plus aber haben wir ja innerhalb des IAP auch noch eine klinische Psychologie angesiedelt. Das finde ich sehr faszinierend und interessant. Und natürlich auch die Zusammenarbeit mit all den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, die Spezialisten und Fachleute sind in ihrem Themagebiet. Also die ZHW gefällt mir sicher sehr, dass wir eine innovative Organisation sind, dass wir eine Expertenorganisation sind, dass wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hohe Selbstständigkeit geniessen und einen hohen Gestaltungsspielraum sicher können wahrnehmen. Plus, sehr attraktiv finde ich unsere Arbeitszeitmodelle, die wir haben, die sich sehr gut auch anbieten, dann zum Familien und Beruf gut zu verbinden können.